Monika, zum Wohl auf unsere neue Gartenmöbel. Monika, weisst du auch im Trend, was haben wir Neues im Sortiment? Wir haben sehr viele neue Sachen eingekauft. Aluminium-Sachen, es hat gefluchtene, also Schnür, wie man hier sieht. Wir haben aber auch Altbewährte ergänzt. Wir haben den Klassiker, wie auch den Schaffner Spaghetti-Stuhl. Genau, der interessiert mich. Gehen wir doch auf einen kleinen Rundgang. Frau Monika, da hast du wirklich nicht zu viel versprochen. Tolle Gartenmöbel und eine wunderschöne Präsentation. Und nicht zu vergessen, zum Saisonstart 20% Rabatt auf Gartenmöbel. Wir sehen uns in der Deltamöbel Zag. G Klappe